Hallo allerseits und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Update In dieser Folge mache ich mich an den Bau des neuen Altstadttunnels Viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich So, heute habe ich weitere unfertige Ecken am hinteren Teil der Anlage fertiggestellt Hier habe ich zum Beispiel einen Fußgängerweg über die Gleise gebaut Und auch diese freie Ecke zwischen Pizzeria und Schumacherhaus ist jetzt fertig Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020